Mein Lieblingsessen ist Schnitzel. Eigentlich ist es wie Wissi, aber das ist schon mein Favorit. Ich gehe gerne auf Konzerte, Festivals, Teuerinnen und Feierabend auch mal ein oder zwei halbe. Heavy Metal, Death Metal, Power Metal, Trash Metal. Ich bin der Tobi. Ich bin 29. Ich arbeite seit 2016 an der Teuerinnen. Also ich bin im Schloss beim Malikär. Einfach das ganze Drumherum ist für mich einfach das, was für mich zeigt. Wir suchen eine Küchendame oder einen Küchenherrn im Brotzeitstand an der Kasse. Aber das werden wir da. Also Resen auflegen, Brotzeiten herrichten. Und eigentlich wird er bei uns gar nicht so langweilig, weil es gibt eigentlich immer was zu tun. Wenn wir eine Paus an der Arbeit haben. Lustig. Also kein Muffel. Ihr sollt ja auf die Arbeit frei. Sollt dazu gelangen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.